so hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge metalblobs solle so was war denn das jetzt gerade da ich habe mich irgendwie verschluckt aber zum glück bin ich noch da kann euch schöne weitere folgen metalblobs solle bringen ja ich weiß ich wollte es eigentlich alle gar nicht aber warum zum geiler schlotz missionsziele zu diesem eingang kommen wunderbar das krieg ich ja alles was ich machen muss ist so aber der block da unten der wird schwer und ich meine wenn ich ihn jetzt nicht mache muss ich ihn später machen mache ich ihn ja logisch mache ich ihn so das war der lechte teil der schwierige teil kommt jetzt taki du bist gerettet sehr schön wow na das war schwer meine ich bin so ein pro das ist unglaublich gut wo geht es hin darüber geht es hin so geht es da hoch so der link ich muss darauf aufpassen dass ich diesmal nicht überziehe sonst gibt es schwarzes essen ähm schwarzes essen deswegen deswegen weil ich mir was in den ofen gelegen gelegen genau gelegen habe ich habe mir irgendwas in den ofen gelegen dachte ich würde mir warten und wenn ich jetzt einfach da ein bisschen überziehe dann könnte das sich so äußern also ich glaube wir haben jetzt genug schlechte wortwitze wir konzentrieren uns auf das wesentliche nämlich auf das spiel wiedersehen du stück gut dann machen wir das anders so funktionierte sorgen sie auch nicht deswegen das wieder anders so könnte es funktionieren wenn wir dann so und das hat jetzt funktioniert weil ich nicht proben meine frasse wie dämlich war das denn so letzter checkpoint auch komm ach alter dein mutter oder was gut keine dein mutter wird sie mehr da hinten jetzt nicht doch da geht es sehr schön so da bin ich in den teleporter ich bin da raus super nein egal hoch da rüber alles egal hoch da und runter bam eh witz eh was hammer okay wir konzentrieren uns wieder ein bisschen ich habe keine lust diese karte nochmal zu machen zumal ich muss nur noch zum ausgang kommen mit hier ich habe die die So, ne Lämpf. Und da runter. Mein Stühl. So. Dort war ich schon. Hier geht's unten weiter. Ja, das war die Geschichte. Also einfach rüberschwung. Wee. Na, mir egal. Ähm. Ja, mir egal. Wohl. Kirsche. Na, egal. Komm, die eine. Wir passen jetzt einfach auf und sterben schon. Ähm, Menü. Ja, darum geht's so lang. Da waren wir ja. So, da gibt's diese Geschichte. Das heißt, ich stelle mir hier ganz gemütlich. Hm, fast da rüber, da, 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 da. So. Das heißt, ich mache hier den Jetpack an. Ich fliege da rüber. Ausgezeichnet. So. Gibt's da oben noch irgendwas? Äh, da hinten gibt's noch was ganz Hinterhältiges. Na, da muss ich nicht hin, oder? Ich hoffe es nicht. So. Ich fliege hier raus. Und habe alle meine Aufgaben erledigt. Und diese Karte beendet. Ich hätte sie natürlich perfekt machen können. Aber nur gut. Wir sind auf jeden Fall weiter. So. Es hat auch lang genug gedauert. Wir spielen einfach weiter. Ich will hier jetzt gar nicht lang rumfaseln. Ähm, wir sind da oben dann bei dieser uralten Begräbnisstätte. Teil 2. Hier sind wir bei Teil 4. Deswegen machen wir zuerst Teil 2. Information. Zeitkristall. Die vier Ebenen betreten. Und drei wollte ich Schlüssel in... Da. Galdorf wird natürlich auch da sein. Nun gut. Dann wollen wir doch gar nicht lange fackeln. Und... ...legen los. Acht Mias. Drei alte Schlüssel. Zweiten Floor betreten. Dritten Floor betreten. Vierten Floor betreten. Galdorf bekämpfen. Den uralten Zeitkristall kriegen. Und die Überflute der Gebiete erkunden. Und da geht es Leute bis zum Abwinken. Mir wird schlecht. Ich bin für Kirschen. Ihr. Wunderbar. Ähm. So war ich schon wieder voll. Alter komm. Jetzt hab ich euch gerade hier umgek... ...gebrutzelt. Dann macht ihr sowas. Ah ja das passt schon. Ach die Geschichte ist das hier. Nur Hammer. Wie viele Kirschen hat denn der dabei gehabt? Da 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 da. Dann fliegen wir mal noch da hoch. So mein Chatpack lädt gerade noch mal. Okay. Servus. Und Swoop ist gerettet. Perfekt. Einer von... vielen. Bäh! B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Bum 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 So! Hey, Alter. Er geht doch. Ja, das passt schon. Oh, Dele. Er ist auch nicht schlecht. So, Missionsziele. Passt schon. Das war gut. Er hat nicht mehr geschossen, ey. Ey, Alter, ey. Ach. Also, es ist ein bisschen ätzend, dass hier immer Gegner das spawnen, wo ich eigentlich schon war. So. 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 Da? Hallo mir! Nee. Woher ich mich wegbeamen? Bin ich hier drüben? Oh Gott sei. Eigentlich Feuer sehen. Was es hier so gibt. Und hier gibt's offensichtlich Dingenskirrenz. So. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von dieser Folge für heute und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es mal wieder heiß ist. So, hallo und herzlich willkommen und so mit Loppsoldet, na? Bis dann! Ciao!